Der Dauerbeschuss zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas geht weiter. Die israelische Luftwaffe griff in der Nacht erneut das Zentrum von Gaza an. Im Fadenkreuz ein weit verzweigtes Tunnelsystem der Hamas. Inzwischen hat der Konflikt auch das Westjordanland erreicht. Und auch in Israel selbst kommt es immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen zwischen jüdischen und arabischen Einwohnern. Die US-Regierung hat unterdessen ihren Nahostgesandten in die Region geschickt. Ein erster Vermittlungsversuch von ägyptischer Seite ist bereits gescheitert. Fanny Juschten berichtet. Sie fliegen weiter, die Raketen aus dem Gazastreifen. Aber auch Israels Luftwaffe bleibt im Zerstörungsmodus, bombardiert unterirdische Abschussanlagen, Tunnelsysteme und eine Bank der Hamas. Immer wieder trifft sie dabei auch Wohnsiedlungen wie hier im Norden des Gazastreifens. Die Menschen stehen vor dem Nichts, beerdigen ihre Kinder. Es waren nur Kinder, die mit ihren Spielzeugen gespielt haben. Nur Kinder, sagt diese Frau. Wir haben in unseren Wohnungen gesessen. Auf einmal wurden wir bombardiert aus allen Richtungen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es muss ja eine Lösung gefunden werden. Wir haben Kinder, jugendliche Frauen. Viele sind sehr, sehr verletzt. Eine Lösung, eine Feuerpause, die Ägypten offenbar vergeblich versucht hat herbeizuführen. Nun liegt die Hoffnung auf dem Nahost-Experten des US-Außenministeriums. Mit der Hand auf dem Herz betritt Hadi Amre israelischen Boden. Der spitzen Diplomat soll ein Gespräch mit beiden Seiten um die Eskalation werben. Auch die Vereinten Nationen sind in den Vermittlungsbemühungen aktiv involviert, fordern einen sofortigen Stopp der Kämpfe. Der Konflikt hat vielen Menschen schon das Leben genommen, darunter auch zahlreichen Kindern. Die Kämpfe könnten eine nicht einzudämmende Sicherheits- und humanitäre Krise hervorrufen. Schon jetzt ist das Versorgungsnetz am Gazastreifen zum Teil zusammengebrochen. Es gibt nur begrenzt Wasser und Strom. Auch die Gewalt im Westjordanland nimmt weiter zu. Die traditionellen Freitagsproteste gegen die israelische Siedlungspolitik entwickelten sich zu heftigsten Konfrontationen. Palästinensische Demonstranten schleuderten Stein- und Molotow-Cocktails auf die Sicherheitskräfte. Diese antworten mit Wasserwerfern, Teilengas und Gummigeschiffen. Über 100 Menschen wurden verletzt. Erstmals wurden nun auch Raketen aus Syrien auf Israel abgefeuert. Ob ein Zusammenhang zwischen den Raketenangriffen aus Syrien und der Zuspitzung des israelisch-palästinensischen Konflikts besteht, ist bislang unklar. Aus Ramadgan bei Tel Aviv ist Mareike Enghusen zugeschaltet. Mareike, was beunruhigt die Menschen inzwischen eigentlich mehr? Das Geheul der Sirenen nachts oder die Gefahr, die von arabischen Nachbarn möglicherweise ausgehen könnte? Das hängt ganz davon ab, wo man lebt. Also im Süden ist die Raketengefahrung natürlich weiter sehr, sehr präsent. Es kamen in der letzten Nacht wieder fast minütlich Raketenangriffe, Sirenenalarm. In gemischten Städten, in arabisch-jüdisch gemischten Städten, sieht die Lage anders aus. Da herrschen teilweise bürgerkriegsähnliche Szenen. Es gibt Verletzte auf beiden Seiten. Dort trauen sich die Menschen teilweise tatsächlich nicht mehr aus dem Haus. Ich habe von Menschen gehört, von Juden wie von Arabern, die ihre Kinder zu den Großeltern geschickt haben, um sie aus der Gefahrenzone zu bringen. Also dort sind sicherlich die lokalen Konflikte vorherrschend. Das israelische Militär sagt, man habe ein palästinensisches Tunnelsystem in Gaza zerstört, die sogenannte Metro. Was hat es denn damit auf sich? Genau, das ist ein Tunnelsystem, was die Hamas gebaut hat, teilweise unter Städten im Gazastreifen. Das benutzt sie laut Angaben der israelischen Armee, um dort hochrangige Kommandeure zu verstecken, um sich zu bewegen, ohne dass sie gesehen werden, ohne natürlich auch, dass sie getroffen werden von israelischen Luftangriffen. Und zumindest ein Teil dieser Anlage hat die Armee in einer sehr großen Operation mit Bodentruppen und Luftschlägen, also Bodentruppen von der israelischen Seite aus, sie sind nicht eingedrungen, sehr stark beschädigt offenbar. Wieso kann die Hamas diese Raketenangriffe überhaupt so lange aufrechterhalten? Irgendwann müssten doch die Vorräte aufgebraucht sein. Schließlich ist der Gazastreifen ja fast vollständig von israelischem Gebiet umschlossen. Ja, aber die Hamas hat die letzten Jahre genutzt, sich einen großen Vorrat anzuschaffen. Die haben ja auch natürlich äußere Unterstützung von dem Iran und anderen Akteuren in der Region. Und die Hamas hat auch sehr darauf geachtet, die Waffen strategisch zu verteilen. Es gibt sehr viele verschiedene Lager in verschiedenen Bereichen des Gazastreifens, oft eben auch in zivilen Gegenden, sodass es der israelischen Armee schwerfällt, alle zu beseitigen. Also sie greift schon sehr gezielt auch Waffenlager und Produktionsstätten an, aber der Armeesprecher sagt selbst, es gibt noch sehr, sehr viele Städte, die die israelische Armee noch nicht treffen konnte. Vielleicht weiß sie auch nicht, kennt sie auch nicht sämtliche Lagerorte. Jetzt ist ein erster Vermittlungsversuch von Seiten Ägyptens bereits gescheitert. Der US-Sondergesandte ist jetzt in der Region eingetroffen. Welche Erfolgsaussichten hat er? Derzeit ist die Stimmung hier so, dass man nicht davon ausgeht, dass es eine wahlige Waffenruhe geben wird. Aller internationalen Bewegungen zum Trotz, die israelische Regierung und auch die Armee macht immer wieder deutlich, dass sie das derzeitige Momentum nutzen möchte, um der Hamas nachhaltige Schäden zu verursachen. Man greift hier sehr gezielt wichtige Infrastruktur an, auch sehr hochrangige Kommandeure in der Hoffnung, damit vielleicht ein paar Jahre danach wieder Ruhe herzustellen. Und es scheint so, dass diese strategische Überlegung derzeit Vorrang hat. Das sagt Mareike Enghusen. Vielen Dank für die Informationen aus Ramadgan bei Tel Aviv. Dankeschön.